Bahnstrecke wird übernommen. Die Deutsche Regionaleisenbahn will die seit Dezember 2012 stillgelegte Bahnstrecke Ahrdorf-Zwotental wiederbeleben. Dazu laufen momentan Verhandlungen mit der Deutschen Bahn. Diese will in den nächsten Tagen der Regionaleisenbahn ein Angebot für einen Pachtvertrag vorlegen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn. Eine Übergabe soll innerhalb des nächsten Jahres realisiert werden. Die Deutsche Regionaleisenbahn ist ein Infrastrukturunternehmen. Für die Bestellung der Strecke wird allerdings noch die Zusammenarbeit mit einem Verkehrsunternehmen benötigt, um Zugtrassen zu bestellen und Züge fahren zu lassen. Die Nutzung der Bahnstrecke wurde bereits im Dezember 2012 wegen zu geringer Auslastung eingestellt.